Hi, ich bin Ella und arbeite im Bereich Digital Transformation bei WTS Digital. Ursprünglich komme ich aus dem Tourismus und unterschiedlicher könnten zwei Branchen kaum sein, denkt man. Doch ich habe schnell gemerkt, dass sich Gäste und Mandanten gar nicht so stark voneinander unterscheiden. Außerdem bietet die WTS ein umfangreiches Schulungsprogramm zu allen steuerlichen Themen an, das mich als Quereinsteigerin super abholt. In meiner Freizeit reise ich gern, auch dieses Hobby kommt im Berateralltag nicht zu kurz. Und die Bahncard, die kann ich sogar privat nutzen. Wir bei WTS Digital sind different, like our Work-Life-Balance.